Diese hier zum Kauf angebotene vollständig renovierte Zwei-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Niederkassel. Das im Jahr 1972 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie zwei Garagenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 117 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 359.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.